Hallo und willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um ein Angstthema, nämlich Intonation. Und ja, dieses Thema begleitet mich selber in meinem Spielprozess als Saxophonistin natürlich in meinem Alltag relativ häufig, weil es einfach Teil des Saxophonspielens ist. Aber auch in der Arbeit mit meinen Schülern, sei es jetzt auf Workshops oder in Gruppenunterrichtssituationen, merke ich es immer wieder, dass Intonation wirklich, wirklich ganz entscheidend ist. Und viele haben da so eine gewisse Scheu davor, aber auch eine Art von unnötigem Perfektionsanspruch, dass du sozusagen wie so ein Stimmgerät immer vor dir hast und nach dem Motto, oh, das muss jetzt irgendwie drauf sein. Und hier möchte ich euch auch ermutigen, gerade in Gruppensituationen, dass letztlich gar nicht so sehr manchmal beim Thema Intonation darum geht, dass die Pitch, die Tonhöhe so exakt getroffen wird, sondern gerade bei Gruppensituationen ist es auch sehr interessant auf den Aspekt des, wie soll ich sagen, des Mischklangs oder des Blendings. Also wie mischen sich die Saxophone zusammen? Da fast noch mehr drauf zu achten als auf die Intonation, weil viele schauen sich dann halt das Stimmgerät an und sagen, ich stimme aber doch irgendwie, haben aber gar keine offenen Ohren für das, was um sie herum passiert. Also auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Mach die Ohren auf beim Spielen und versuch dich auch klanglich, gerade wenn du mit anderen zusammenspielst, an die anderen sozusagen anzupassen, beziehungsweise dass ihr als Gruppe gemeinsam ein gutes Blending, einen guten Mischklang findet. So, jetzt habe ich am Anfang eine Bemerkung gemacht, die eigentlich gar nicht so auf dem Zettel stand, die ist mir jetzt spontan eingefallen, dass es eben auch um Blending geht, um Mischklang. Das ist natürlich ganz, ganz entscheidend, wenn du mit mehreren Leuten zusammenspielst, sei es jetzt im Orchester oder in einer Big Band. Aber wenn du für dich zu Hause spielst, hat Intonation auch eine Bedeutung, auch wenn du alleine für dich spielst, also sozusagen in Einzelhaft und gar nicht jetzt so mit der großen Horde zusammen. Das wird oft vergessen, die Leute stellen sich hin, spielen ihre Einspielübungen, dann fangen sie an, Stücke zu spielen, holen irgendwann ein Playlong und dann wird einfach drauf losgespielt, ohne rechts und links zu gucken, ohne zu schauen, bin ich denn überhaupt in Tune. Und dieser Intonationsaspekt, beziehungsweise dieser sorglose Umgang oder diese Gleichgültigkeit bei der Intonation, fällt mir auch häufig beim Saxofon Campus auf. Also gerade, wenn wir da eine neue Gruppe starten, brauchen die neuen Teilnehmer, die da noch nicht so Firmen mit sind, brauchen dann so ein bisschen, um sich da auf dieses Qualitätsniveau einzulassen oder diesen Qualitätsstandard einfach zu akzeptieren. Weil es ist halt wichtig, wenn du dann eben eine Aufnahme von dir machst und die hochlädst, was sehr viele machen und was total toll ist, dass dann aber auch dein Saxofon-Spiel mit dem Playlong von der Intonation her gut harmoniert. Und da möchte ich euch wirklich dazu ermutigen, habt eine Routine auch beim Einstimmen, weil du kannst noch so toll improvisieren, noch so kreative Soli spielen. Wenn das, was du da spielst, nicht in Tune ist mit dem Playlong, dann ist schwierig. So, deswegen gibt es jetzt drei Tipps für dich, wie du dir dauerhaft eine gute Intonationsroutine erarbeiten kannst. So, erster Tipp, hab einen festen Stimmton. Gerade bei Anfängern ist es so, die stimmen dann auf den Ton ein, was weiß ich, meinetwegen ein G und das funktioniert dann ganz gut und dann spielen sie andere Töne und merken dann beim Stimmgerät so, oh, die stimmen ja gar nicht, das ist ja ganz furchtbar. Bei Anfängern, alles cool, sei erstmal bei einem Stimmton parat, dass du in der tiefen Lage ein bisschen zu tief bist, in der hohen Lage ein bisschen zu hoch bist, auch relativ normal. Bei Anfängern, ich sag mal, bis so anderthalb bis zwei Jahren Spielerfahrung, will ich da auch gar nicht so viel rummotzen. Ich möchte erstmal, dass die Leute ans Spielen kommen und das Feintuning kann man dann noch später machen. Aber alleine, dass du schon mal so ein G als Stimmton hast, ist extrem wichtig, weil es auch eine Konstante ist, auf die du dich verlassen kannst. Und auch dein Klanggedächtnis wird sehr sicher werden, wenn du immer den gleichen Stimmton hast. Die Altos spielen meistens ein klingendes B, ein klingendes A, was für das Alter dann eben ein G ist oder ein Fis. Tenöre würden dann entsprechend ein C spielen oder ein H. Manchmal ist es aber ein bisschen nervig auf dem Tenor, weil gerade die Töne C und H, wo man kaum was greift, da schwingt gar nicht so viel vom Instrument und die Töne klingen oft so ein bisschen blutleer oder nicht so schön. Deswegen, wenn du Tenor spielst und sagst, ich fühle mich viel wohler, wenn ich ein G als Stimmton habe, also für dich ein G, ein klingendes F wäre das dann, kannst du natürlich auch machen. Also in dem Zusammenhang, wenn du jetzt alleine zu Hause für dich spielst. Wenn du in einer Gruppe spielst, klar, da muss man sich anpassen, was die anderen spielen, aber das dürfte dann keine große Aktion mehr sein. Also das heißt, hab einen Stimmton und gewöhn dir an, spätestens wenn die Einspielübung vorbei ist, das heißt, wenn du warm gespielt bist, dass du dann dein Instrument mit diesem Stimmton stimmst. Anfänger würde ich jetzt empfehlen, erstmal in der Tiefenlage einzustimmen. Also wenn du ein Jahr, anderthalb Jahre spielst, stimme ruhig mit einem G1 ein. Wenn du schon ein bisschen fortgeschrittener bist, stimme mit einem G2 ein. Es gibt Stimmgeräte, Apps unten in der Videobeschreibung, gibt es da auch nochmal einen Link zu. Ist kein Big Deal, also da gibt es sehr funktionierende Geräte oder Apps, die auch kostenlos gratis sind. Ich habe im Pro-Raum immer nochmal so ein Oldschool-Stimmgerät, mit dem ich seit Jahrzehnten übe. Und ja, das ist für mich das Mittel der Wahl. Und ich habe eingestellt 440 Hertz, weil in dem Kontext, in dem ich mich bewege, also das heißt, wenn ich mit Bands spiele oder wenn ich mit Playlongs spiele, sind diese Begleitungen immer oder meistens in 440 Hertz gestimmt. Wenn du jetzt ganz viel Orchester spielst oder in eurem Blasorchester oder in der Big Band immer auf 42 eingestimmt wird, also 442 Hertz, dann mach das auch für dich zu Hause in der Situation bzw. schau, dass deine Playlongs dann auch entsprechend funktionieren. Also es bringt nichts, wenn du jetzt auf 42 einstimmst und das Playlong in 40 ist. Das ist wenig zielführend. So, also 440 Hertz eingestimmt oder eingestellt und dann spiele ich den Stimmton und auch hier ist wichtig, spiel den Stimmton nicht wie so ein schüchternes Mäuschen, so nach dem Motto, oh, ich spiele jetzt den Stimmton, sondern spiel den immer wie in einer realen Situation auf der Bühne, wie wenn du dich, ne, eine Präsentation hast, spiel den mindestens mit sofort, dass das Instrument schön resoniert, dass du einen fetten, vollen Klang hast und das ist die Aufgabe von dem Stimmton, dass er wirklich, ne, schön kräftig gespielt wird und nicht so zurückhaltend, wo es schon der Hals zugeht und das alles hier so gepresst ist, ne, also schön einen freien Klang und auch ganz wichtig, bevor du jetzt aufs Stimmgerät guckst und direkt schon anfängst zu regulieren, spiel erstmal den Ton frei, ne, und dann, wenn du denkst, der klingt gut, dann schaust du aufs Stimmgerät und dann schaust du, ob du zu hoch oder zu tief bist. So, das war der Stimmton G und ihr habt gesehen, ne, bei mir hat es ungefähr ganz gut gestimmt. Ich mache das natürlich auch schon länger und ich weiß auch ungefähr, wie weit mein Mundstück auf dem S-Bogen drauf sein muss, dass es eben gut funktioniert. Erster Aspekt, ne, hab einen Stimmton und sei sicher im Einstimmen. Wenn du zu hoch bist, das heißt, wenn der Zeiger von dir aus gesehen zu weit nach rechts ausschlägt, musst du das Sachs von ein bisschen tiefer machen, das heißt, mit dem Mundstück ein bisschen weiter raus. Wenn du zu tief bist, das heißt, der Zeiger zu weit von dir aus gesehen nach links ausschlägt, musst du weiter reingehen mit dem Mundstück, um die richtige Tonhöhe zu erreichen. So, zweiter Tipp. Intonation ist nicht nur auf einem Ton einstimmen, sondern im kompletten Tonumfang gut klingen. Und der zweite Tipp ist, kenne dein Instrument und kenne die Schwächen deines Instruments. So, das hier ist jetzt kein Keyboard und kein Klavier und keine Gitarre. Wenn die Gitarre gestimmt wird, das Keyboard, das Klavier, wenn das alles in Tune ist, kann jedes Kind drauf spielen, ohne eine Ahnung davon zu haben und die Intonation wird immer gut sein. Beim Saxophon hängt es sehr viel mit dem Spieler zusammen, ob es gut klingt, aber auch mit dem Instrument. Denn jedes Instrument hat klangliche oder bauartbedingte Schwächen, was Intonation betrifft. Also sowohl dieses sehr alte Saxophon, was ich hier spiele von 1927, als auch ein, ich sage mal, ein top neues Selma-Saxophon, das fortschrittlichste Saxophon, was es überhaupt gibt, hat auch in gewissen Lagen gewisse intonatorische Schwächen. Und mir geht es darum zu sagen, sei dir bewusst, was die Schwächen deines Instruments sind. Und das ist nichts, was, wie soll ich sagen, dir zugeflogen kommt, wo jemand sagt, okay, das und das sind die Schwächen, sondern das musst du selber herausfinden. Und das ist aber gar nicht schwer. Unterhalb von diesem Video habe ich eine PDF für dich vorbereitet und ich zeige dir jetzt, wie du das für dich selber gut herausfinden kannst. Und zwar spielen wir eine chromatische Tonleiter vom mittleren Cis abwärts bis zum tiefen B und danach vom mittleren Cis aufwärts bis zum F3 oder E3 pro Lage, das muss nicht bis zum Ultimo sein. Und dann checkst du bei jedem Ton auf dem Stimmgerät, ob er dazu neigt, zu hoch zu sein, zu tief zu sein oder ob er in Tune gespielt ist. Und ich habe dir jetzt zum Beispiel mal vorbereitet, wie das bei mir aussieht, blende ich dir jetzt mal ein und da siehst du genau, welche Töne bei mir dazu neigen, zu hoch zu sein, zu tief zu sein und wo so die allgemeinen Schwächen sind. So, das bedeutet, Intonation ist was sehr Individuelles. Aber trotzdem kann ich eine generelle Aussage treffen und kann eigentlich sagen, dass bei den meisten Saxophonen es eben so ist, dass die hohen Töne, ich sage mal, alles, was höher ist als A2, H2, die hohen Töne neigen dazu, zu hoch zu sein und die tiefen Töne ab dem E1 abwärts neigen dazu, zu tief zu sein von der Intonation. Dann gibt es noch eine spezielle Lage, nämlich zum Beispiel das D2, das heißt, D2 der erste Ton, der mit Oktavklappe gegriffen wird. Dieser Ton neigt auch dazu, oft viel zu hoch zu sein, Diss 2 auch. Bei mir ist es das E2, ist auf dem Instrument zum Beispiel auch sehr hoch und ja, so ist es gut, wenn du eben bei deinem Instrument wie so eine Art Roadmap hast und auch weißt, okay, das und das sind bei mir schwache Töne, da muss ich beim Spielen, wenn ich ein Stück spiele, eine Präsentation habe, muss ich aufpassen, dass ich in dieser Lage, wo diese Schwächen sind, eben nicht so blind rein spiele, sondern schon mit einer gewissen dosierten Kontrolle, dass die Töne dir nicht überall hingehen, nur nicht da, wo sie hin sollen. Ganz wichtiger Aspekt. So, ich spiele jetzt einmal für dich diese chromatische Tonleiter abwärts, ab dem Cis und habe das Stimmgerät im Blick und danach blende ich dir nochmal ein, meine Tabelle, wo drin steht quasi, welche Töne bei mir so ein bisschen zu hoch oder zu tief sind oder neigen, in die eine oder andere Richtung zu gehen. so ein bisschen zu hoch ein bisschen zu hoch oder zu hoch und theatинos das sind wie es da dass, dass das das ist Das war also meine Version Chromatische Tonleiter mit Stimmgerät. Und zum Schluss möchte ich dir noch einen dritten Tipp geben, nämlich spiel nicht einfach blind drauf los. Das habe ich im vorangegangenen Aspekt auch schon so ein bisschen erwähnt, so nach dem Motto, wenn du weißt, wo die Schwächen deines Instruments sind, was Intonation betrifft, und diese Schwächen hat wirklich jedes Saxophon, dann spiel im vorausschauenden Gehorsam schon in diese Stellen rein. Wenn du in schwierige Lagen kommst, dass du einfach weißt, zum Beispiel in der hohen Lage, ein D3, ein E3, ein F3, da kannst du nicht einfach blind reinspielen. Du musst den Ton schon dosiert ein bisschen fallen lassen, dass du ihn auch gut triffst. Und das ist auch etwas, wozu ich dich ermutigen möchte, auch hier ein bisschen vorausschauender zu spielen und nicht einfach drauf los, was kostet die Welt, ich spiele jetzt einfach mal. Sondern hab immer auch so ein bisschen wie so einen Kontrollfokus. Das ist ganz, ganz wichtig, denn so wirst du die Töne auch gut und sicher treffen. Ja, somit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, meine Tipps helfen dir weiter. Und wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findest du zum Download die chromatische Tonleiter, also diesen Zettel, den du dann bearbeiten kannst, wo du quasi bei jedem Ton reinschreiben kannst, ob er zu hoch ist, ob er zu tief ist, ob er gut intoniert. Und das ist auch etwas, das kannst du auch gerne beim Üben so neben deinem Notenständer oder griffbereit liegen haben, dass du immer nochmal schauen kannst, okay, wie ist es denn mit meinen Lagen, wo habe ich Probleme, wo ist es schwierig. Und wenn du dann zum Beispiel Stücke spielst, wo du meinetwegen lange Töne aushalten musst in diesen Problemlagen, mach dir dann dort auch Notizen in den Stücken, dass du schon vorher weißt, okay, da ist eine schwierige Stelle, hier muss ich darauf achten, dass ich die Töne sauber treffe. Okay, somit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Schreib gerne ein Feedback in die Kommentare. Schreib gerne, was bei deinem Instrument auch schwierige Lagen, schwierige Töne sind, die nicht so einfach zu intonieren sind. Schreib das gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald wieder in einem der nächsten Videos. Bis dahin und liebe Grüße. Bis dahin und liebe Grüße.